Schicke Kita für unser Kind, Englisch-Unterricht ab dem 16. Lebensmonat. Zwar kann er noch nicht selber gehen, doch man wird schon sehen, dafür ist es ja ne schicke Kita, nur das Beste für unseren Sohn. Alle Biomüse, kommt vom Haus ein Schreiner, klar das kostet doch was soll's, alles ist aus Holz, in Corbinia ein Schicke Kita.